Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute SCORN. Was soll ich sagen, es ist im Xbox Game Pass. Ich habe mir das Abo geladen. Glob... äh äh. Und ähm, ja. Schauen wir mal. Ich würde sagen, ich drücke auf New Game. Yeah. Mal schauen, ob es so schlimm ist, wie alle sagen. Ich glaube es nicht. Das hätte schon fast ein bisschen... Resident Evil Ice Flavor da, mit dem... Zombie... Baum... Whatever. Huh? So geil. So geil. Aber geht. Haha. Ähm, ah. Ich dachte, ich muss schon etwas machen. Haha. Ah, mein Stuhl knarrt. Geil. So kommt jetzt das Gorn. Du musst gut sein. Mal einen Schluck trinken. So. Ich bin bereit. Zeig was du kannst. Irgendwie stockt es, oder meine ich das nur? Nein. Nein. Jetzt nicht mehr. Also, mal wieder meine Fressen einblenden. So. So. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ich habe ja gehört, es ist anscheinend recht rätsellastig. Aber äh, keine Ahnung. Wir schauen jetzt einfach mal. Rätsel sind genau meine Spezialität. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss das hier auch irgendwie... Schauen wir mal. So. Jetzt ist es gut. Ja, es hat ein wenig Alien Fever, Alien Flavor, wie sagt man dem? Also, von den Filmen Alien meine ich natürlich. Schau, das ruckelt mal. Was ist das? Alter. Komische Sache. Schauen wir mal, haben wir da irgendetwas komisches eingestellt? Oder so. Ja, also fein. Müsste eigentlich schon passen. Es läuft ja eigentlich flüssig. Es hat einfach zwischendrin irgendwie so Framedrops. Schon wieder. Aber... Ist das denn eher ernst, Mann? Schau dir das an, Mann. Schau dir das an, wie das ruckelt. Schlimm. Hm. Okay. Ja, hübsch sieht es aus. Also, da kann man nichts sagen. Hübsch ist es. Jetzt muss es nur noch eigentlich... Da rennen. Ah, man kann rennen. So schön. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Ein Loch. So schön. Open that shit, Mann! Das ist dein Körper. Alter. Das ist einfach so... Verwachsen, eingewachsener, grossiger Typ. Was bist du? Okay. Aha, schau jetzt. Okay. Interessant. Haben wir da auch etwas anderes? Ja, lassen wir das. Aber das mit den Frames ist echt. Da ist etwas schief gelaufen. Ja, da haben wir noch etwas zum drücken. So liegt es mir ja. Ja. Oh. Oh? Zuerst müsst ihr ausengen, so wie es aussieht. Mal raus da. Oh nein. Das ist schlecht. Das schaffen wir nie. Machen wir es nochmal auf. So. Warte, können wir das jetzt irgendwie nicht blockieren? Scheisse. Renn, 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 renn. Easy. Es ist einfach blöd, dass wir jetzt nicht mehr zurück können, aber naja. Jetzt sind wir ja da, wo wir vorhin hier oben waren. Ball easy. Was haben wir da? Schienesystem. Ach du Scheisse, Mann. Wir haben hier ein schönes. Springen, da ging es ein bisschen schneller. Irgendwie sieht das auch gesund aus. Hier können wir etwas drücken. Was haben wir da für schönes? Kaputte Plattform. Sehr schön. Ja. Dann gehen wir doch einfach runter und drücken mal auf den Knopf. was das hier ist. Aha, warte jetzt. Da können wir sicher das Ding steuern dort. Nicht? Ähm. Da kann man auch rein sitzen. Oder nicht? Hm. Aber, Rätsel. Ja. Mini-fucking-Spezialität. Ja. 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 Ähm. Ja. 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 Das war das. Ja. Ja. Schau mich mal raus hier, Mann. Warte jetzt mal schnell. Nicht einfach zu Fuss durch, Mann. Was ist da hinten? Hm, okay. Ahnung. Schauen wir mal weiter. Ja, hübsch ist es. Hübsch ist es. Oh Mann, tausend Wegen, Alter. Shit. Mal hier den Finger rein schauen. Ah, schau jetzt da. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, das ist so cool! Oh Mann, ich bin der Finger. Oh Mann. Ja, ein bisschen Arm bedienen ist auch schön, ja, ja, das ist ja super. Da können wir nicht. Kein Mönsch draus, Mann. Können wir da reinlegen? Nicht. Scheisse. Da hinten. Hm, ok. Was ist das wieder, Mann? Um... Okay, ich zieh. Es geht nichts. Was ist das wieder für ein neuer Kasten, Mann? Wir haben hier auch noch den Finger hinein, da hatten wir überall den Finger drinnen. Was ist denn da, Mann? Was ist das für ein Mist? Kein Mensch draus. Was haben wir da? Was bist du eklig, Mann? Ah, cool. Es gibt noch ein zweiter Stock. Was macht es einfacher? Oh, shit, Mann. Ja, okay. Okay. Hier den Finger drinnen. Hä? Kein Mensch draus, Alter. Kein Mensch kommt draus, Mann. Keine Ahnung. Kein Mensch. Kein Mensch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hmmmm. Der Heib stockt. Wo hinten? Das ist schon geil, man. Tausend Wege. Ein Mensch draus. Und da ist die Suche. Oh, halt den Finger rein. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Ja. Moment. Du. Und alle gleich aus, und alles die gleiche, oder man muss es nicht irgendwie speziell nennen. Ja, don't know, gell? So, gehen wir auch wieder zurück. Super. Liebes, ich liebe es! Ich liebe es! Der Lift wieder runter. Ich liebe es! So, das war immer wieder, oder? Also... Was ist das denn? Lass mich da rein! Ich will da rein! Aber auch nicht. Also, gehen wir mal zurück hier. Es muss doch irgendwo irgendetwas geben, was irgendwie mit irgendetwas funktioniert, Mann! Verdammt, was ist das denn? Diese Scheisse hier geht auch nicht! Diese Scheisse hier geht auch nicht! Kein Mensch draus, Mann! Ich meine, du musst da... Da haben wir... Da haben wir den Finger noch nicht drin! Ich werde schnell... Ich muss mich schnell umbringen! Es geht nicht einmal! Schau mal! Ja, gehen wir mal da hinten, oder? Ich weiss halt auch nicht! Da ist zu! Zu, 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 zu! Irgendwo muss doch ein verdammter Zug rumstehen! Was ist da hinten? Das ist der gleiche Mischstebenkind kaputt! Ich weiss nicht, ich bin bescheuert, Mann! Jetzt sind wir da hinten! Wir sind... Äh... Wo sind wir gekommen? Kein Mönch draus, was das so ziehen, Mann! Aber echt! Naja, da ist der kaputte Teil, da sind wir jetzt hinten und kommen wir dort wieder raus! Also gibt es eigentlich nur... ... den Weg... ... dort hinten durch... ... und den Weg dort hinten durch! Ich glaube, ich übersehe einfach irgendwie etwas, Mann! Das kann doch nicht sein! Hier auch! Was ist das da? Wie geht das denn? Ich will dich da reinlegen! Bullshit! 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 Aber sie steht da... Nein! Jungs. Mädels. Keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist doch so ein verdreckiges Weg. Wieso kann man hier nichts machen? Wieso kann man hier nichts machen? Teeuer Kacke, was ist das? Eben mal den Finger hinein. Man muss doch irgendwie gehen. Was ist das für ein Shit? Nein. Das ist der euer Dreck. Es ist doch Dreck, Mann. Wird das irgendwie kehren? Oder so etwas... Also... Hä? Das steht hier gebrochert. Jetzt müssen wir doch eigentlich... den Scheiss an dem Scheiss anhängen und auf die Scheiss Schienen stellen. Nicht? Und wieso... das geht nicht? Das geht nicht? Das ist doch nicht. Ich kann nicht... Echt... Äh... Keine Lust. Einfach keine Lust. Keine Lust auf solche Dinge. Heute wollen wir hier ein tolles Erlebnis haben. Nicht so ein Mist mit so komischem Mist. Mist! Oh shit, Alter, ey. Irgendetwas über sich. Einfach über sich. Über sich. Über sich. Bullshit. Für euch ist das wahrscheinlich easy peasy und ihr seid gerade rein gelaufen und alles wunderbar. Aber ich... Ich kann... Ich... Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Das ist doch euer Scheiss, Mann. Grusig. Warte mal schnell. Okay, ähm, so. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, wenn das schon so anfängt, dann wird das nichts. Ich habe schnell weg müssen, mein Telefon hat geläutet. Also, geläutet. Wie weird. Aber ja, ich weiss halt immer noch nicht, wo durch. Wir haben immer noch einfach keine Ahnung. Ah, es ist doch mühsam, hey. Das einzige, was sein könnte, wartet jetzt mal schnell. Schau, ein Lift. Wo ist der Lift? Jetzt gehen wir noch einmal dort rauf, Mann. Ich weiss schon nicht mehr, wo der Lift war, Mann. Oh, shit. Das wird lustig, ey. Das wird lustig. Oder auch nicht. Also, ich sage es mal so, ähm, was ist das für ein Start für ein Game? Absolut schlecht. Absolut schlecht. Es sieht super aus, alles ist wunderschön, aber absolut schlecht. Also, geht ja gar nicht. da hinten. Keine Ahnung, jetzt laufen wir wahrscheinlich den gleichen Weg. Noch einmal. Nein, da ist es Glück. Okay, also, komm jetzt. Jetzt fahren wir da oben oben, ist das Einzige, wo wir irgendwie etwas bewegen können. Ist zwar... Äh. 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 Games machen wir keinen Spass für so Abend. Ist echt schlecht. Ist echt schlecht. Einfach nichts. Also. Ah. Da. 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 Das ist nicht gut. Ah. Warte mal. Die zwei Leuchten. Jetzt kann... Warte. Da ist ein Einzelner. Damit komme ich auch nicht durch. Mann. Willst du mich verarschen? Ich müsste, äh... Über... Das. Da, 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 da. Da, da. Ja Mann. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Du musst jetzt schauen, Mann. Du musst jetzt schauen, Mann. Das funktioniert. So geil. Denkt man, es kann... Hauptsache, man kann es schon suchen, oder? Und jetzt nimm die Huren. Yes, Mann. Es geht. So geil. Das ist jetzt aber nicht die 1. Das hat noch das 2. Das hat noch das 2. Das hat noch das 2. Ähm. Also. Wie? Aber. Nein, warte. Das muss ja... Das ist ja das 2. Oh, hier. Das muss ganz oefen. Äh... Nervig. Aber ist das euch ernst, Mann? Ah, das geht noch weiter hinterher. Ja, schön. Jetzt müssen wir theoretisch... Äh... Halt jetzt da hinten... Das ist ein Führer. Holy shit, Mann. Jetzt müssen wir irgendwie einen von denen dort... Du bist ein Einzelner, oder? So, so, so. Du bist auch ein Einzelner, also nochmal zurück. Oh shit, ist das geil. Du bist ein Einzelner. Jetzt ist er natürlich genau im Weg, oder? Perfekt. Ja, aber hä? Du kannst ja mit dem gar nicht auf die Seite gehen. Jetzt bist du ein Einzelner. Du bist ein Einzelner, also warum gehen wir da hin? So. Du bist auch ein Einzelner. Also, los. Dann. Du bist ein Einzelner. 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 Jetzt können wir nämlich schauen, ob wir vielleicht... So... Dann kommst du hier runter... Das wird theoretisch... Sorry, aber ich... Wollte gerade kotzen... Was ist das für ein Mist? Ich bin ganz scheisse aus dem Weg rum... Aber jetzt kommen wir ja mit denen nicht weg... Also... Oh! 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 Ja, man, warte. Nein, nein, ich habe es nicht aus. So. Das ist mal wieder vorbei. Hey, guck mal. Jetzt. Das ist doch immer noch etwas. Verdammt! Der muss irgendwie noch weg. Nimm die Frage. Ich würde da parkieren. So. Okay, 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 man. Ah, shit, nein. Nein! Nein! Wieso? Nein! Aha, warte, jetzt. Das muss einfach fixen, man. Mit dem nach vorne. Den da da. Da. Dann der da. Da. So, Mann. Ei, 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 ei. Alter, ist das mühsam. Also ja. Oh. Und? Geht! Bist du das? Isa links! Aus. An St Pharisee. Tja. Scheiße, labt man nicht. Schauen wir jetzt mal runter, was hier unten so abgeht. Irgendwo muss ja das jetzt rauskommen. Komm her, geh die Finger rein, Mann. Scheiße. Ja, also... Ich weiss ja nicht, ich weiss ja nicht. Also für einen Start ist das schon mal richtig ein grausiger Anfang. Aber richtig grausiger. Kein Monster draus. Ist das jetzt da runterkommt oder nicht? Natürlich nicht, wieso... Nein, da ist auch zu. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich mache es doch nicht so kompliziert. Äh... Oh, Mann. Oh, Geräusch. Oh, Geräusch. Und vor allem... Wo sind jetzt die Hurenbeine? Jetzt aber mal im Ernst. Was ist das, Mann? Ich laufe einfach im Kreis. Wie ein Idiot, Mann. Ich laufe wie ein Idiot im Kreis und... Da sind wir oben runtergekommen. Als wir da oben gewesen sind, sind wir ja in die Richtung gelaufen. Also müsste ja das irgendwo... ...da hinten sein. Nicht. Was ist da? Nichts. Da ist zu. Da ist nichts. Das ist ja der nächste Eingang. Biss ruhig, Mann. Dahinten, wartet. Nein, da sind wir vorher rausgekommen. Da ist es also auch nicht. Dreck, Mann. Dreck, Mann. Dreck. Ja. Fuck you. Nein, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ähm... Kein Bock, Mann. Kein Bock auf so einen Scheiss, Mann. Kein Bock. Es sieht wunderschön aus. Es ist alles cool. Aber so ein Start nach so einem Bullshit... Nein. Da habe ich keinen Bock drauf, Mann. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn nicht, abonnieren. Daumen nach oben. Ist eben geil. Ha. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Ciao.